Juhu und Hallihallo zu dem neuesten Spiel, was wir gerade ausprobieren, ähm, in meiner angespielten Ausprobiertreihe voraussichtlich wird daraus nichts mehr hochladen, achso, ähm, es steht leider nirgendswo. Wir spielen Falafel Restaurant Simulator. Die einzigen Sachen in den Optionen waren Grafiksettings, Hi oder Low. Ich bin sehr gespannt. Es ist, glaube ich, ein Jahralter-Spiel. Jetzt gerade neu in meiner Bibliothek. Ich dachte, ich spiele es mal an. Oh, wir sind schon da. Oh, schick, schick, schick. Unser Wohnzimmer. Mit Blick raus. Kann man hier was kochen? Mhm. Uh, Doppeltetage. Ui. Oh Gott, so shoppt. Das kriegen wir hin. Aha. Wunderschön hier. Ist das unser Badezimmer? Ne, die Küche. Haben wir kein Bad? Da hinten, da sehe ich unseren Laden. Das ist ja, glaube ich, unsere Schönheit, oder? Ja. Take the Falafelmixter and edit to the fryer. Okay. Das schaffen wir, oder? Falafelmixter. Wir haben auch das hier noch nicht hochgemacht. Geht das Auto hoch? Press Q to customize your shop. Okay. Q. Cush Tables. Uh. Noch mehr Q? Ach, Working Table. Okay, äh, Excel. Kriege ich hier die Dinger irgendwie hoch? Ah. Ich bin von hinten in den Laden rein. Also, wir sollen uns... Oh, immer F. Uah. Put the Gasbottle in the fryer. Okay. Grab. Wo ist denn mein fryer? Please. Visit the Funitur Shop. Tourist Dogs, okay. Falafelmixter. Aha. Take. F. Okay, und die muss ich wohin tun? In den Freier. Wo ist denn der... Der... Die Fritteuse, Leute? Hä? Hä? Spielen wir gerade, was ich sehe? Was, was ich nicht sehe? Muss ich den da erst runterholen? Rotate. Ja, ja, ich weiß, dass Customers mich verlieren. Aha. Gut. Da steht das toll. Hier. Hier ist Gas. Turn off. Krab. Release. Wie mache ich denn da das Gas ran? T. Puh. Hier ist das Ding drin gewesen. Hallo. Hier so. So, das ist die Mix da. Und dann muss ich den... da ran machen. Ohne, der hat noch Gas. Okay. T. Nee, F. Okay. Hui. Die wollen da Falafel. Dann nehmen wir Falafel. Da haben wir Falafel. Bitte. Lasst es euch schmecken. 15 Tische. Wie soll ich denn hier... Ich habe gar keine Tische. Soll ich denn hier 15 Tische unterbringen in diesem Laden? Ach, ich habe die Hintertür noch offen. Ich bin durch die reingekommen. Ich habe am Anfang nicht gesehen, dass man die Rollersucht kriegt. Lassen Sie es. Sie schmecken. Guten Appetit. Oh, sie sind weg. Danke fürs Trinkgeld. Klin. Kriegen 7 Dollar pro Falafel. Dann machen wir den Laden zu. 15 Uhr. Dann müssen wir noch. Wir haben... Salat. Kohldrinks. Hummus. Den können wir... Oh nein. Das wollte ich nicht. Den können wir... auch ins Regal stellen. Flups. 2 Kunden. Was wollen sie? Falafel. Falafel. Das kann ich. Hallo. Hier bitte. Falafel. E und F. Was sind sie es schmecken? Das hier ist der Laden für die Möbel. Wir brauchen 15 Möbel. Mehr gibt es hier auch anscheinend nicht. 150 können wir uns niemals leisten. So, wo ist dieses zum Nachfüllen? Den Laden, den brauchen wir als nächstes. Können wir mal gucken, was es das gibt. Wie gut. Es kommt ein Müllwagen. Ich habe die Müllsachen einfach auf die Straße geworfen, weil ich mir nicht sicher war, wo es hin soll. Weil ich halt einfach nichts gefunden habe, wo man die reintun kann. Aber es kommt anscheinend... Uh, lass mich da rein. Schnell. Ein Müllauto. Hui. Hier ist gleich der andere Shop. Hier ist Williams Shop. Falafel, Mixer, Hummus, Kaltdrink, Salat und Gasbottle. So viel mehr gibt es hier auch nicht. Okay. Dann gehen wir mal schlafen, oder? Es ist Nacht. Wir sind mittlerweile so gut, dass wir schon an den Computer können. Und da werden uns Sachen geliefert für Lieferkosten. Aber das ist gar nicht schlecht. Denn zwischenzeitlich noch einkaufen zu gehen, ist mega stressig. Falafel, Hummus und was Kaltes zu trinken. Und es ist halt gerade erst drei. Es ist Tag vier, fünf. Ich spare immer 200 und dann gehe ich neun Möbel kaufen. Also wir haben ein neues Möbelstückchen. Mehr auch noch nicht, ihr wollt. Falafel und Koltrink. Kaltgetränk. Brauche ich auch was Neues. Die sind bestimmt teuer. Bitter. Die wollt auch ein Kaltgetränk. Dann sind die alle... So. Kolt. Für euch. Die haben es nicht so mit dem stehenbleiben, die Kaltgetränke. Wo ist denn euer Kaltgetränk hin? Falafel, Falafel. Ah! Falafel. Fuhl. Bitter. Und da. Haha, entschuldigen Sie bitte, Sir. Sie haben da ein Kaltgetränk. Danke. Anstrengend. Könnt ihr mal aufhören, Leute? Ich hab doch gar nichts mehr zu essen. Mein Gas ist gleich alle. Falafel für dich. Wir müssen Humus bestellen. Wir müssen Humus bestellen. Confirm. Müll. Äh, was? Du. Humus. Kaufen. Kaufen. Das geht ja. Die drei da. Falafel. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich hab's nicht rechtzeitig geschafft. Ihr wollt noch Humus. Da warte ich auf die Lieferung. Lieferung? Frank. Da. Die Lieferung ist da. Ich bin noch auf dem Weg, Leute. Take. Humus für euch. Ich muss echt dran arbeiten, die Tische besser hinzustellen. So, Humus für euch. Bitte. Ein bisschen davon. Ich glaube, diesen Falafelkocher, den stellt man nach draußen. Das ist so meine Vermutung. Sofie, der hier rum qualmt. Oh, 15 Tische. Leute, wie sollen wir denn 15 Tische bedienen? Das ist jetzt schon mega stressig. Oh nein, nicht noch jemand, Leute. Falafel, Humus. Mal bitte, Humus. Und ich arbeite an der Falafel. Sekunde. Wir müssen unseren Gas nachfüllen. Bitte. Und ich mach den Laden jetzt auch zu. Wie spät haben wir es denn? Es ist 18 Uhr. Egal, wir waren heute voll fleißig. Verladen ist zu. Sie können gerne gehen. Ich hab mich leider ein bisschen ver... Ähm, ja doch, verstellt. Und jetzt hab ich... Achso, sind zweimal Colddrinks gekauft. Und nochmal eine Falafel-Mix da. Aber ich bräuchte eigentlich Humus. Und das andere Dings, das hab ich nicht mehr. Und ich hab auch nicht genug Geld, das zu kaufen. Also ich hätte genug Geld, um Humus zu kaufen. Hi. Vielleicht wollen sie das ja nicht. Vielleicht haben wir ja Glück, dass sie das nicht wollen. Und der Müllwagen könnte mal wieder kommen. Aber an diese 150 pro Tisch ranzukommen, das ist gar nicht so leicht. Man muss Rechnungen bezahlen. Und Gasflaschen aufbüllen. Und Nahrungsmittel. Und ab 8 machen wir, glaube ich, auf. Wir sind jetzt halt bei drei Tischen. Ja, natürlich. Ich guck, die wollen das andere. Und dann muss ich sie halt da sitzen lassen. Das kostet einfach 50 Dollar. Ich hab keine 50 Dollar, aber ich hab Musik. Das ist übrigens unsere Map. Unser Shop. Das ist Williams Shop. Der Geldautomat. Unser Zuhause. Und der Mülland. Und man kann halt... ...nicht mehr als das hier alles bestellen. Und beim Salat sind wir noch nicht. Ich denke, das kommt bald. Unser Sternchen-Level ist schon ganz schön gut. Und hier gibt's halt auch nur die Dinge. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie gerettet bekommen. Ich weiß es nicht. Das wäre doch schön. Aber die Musik ist voll entspannt. Da liegt Müll rum, oder? Ja, nein. Natürlich. Warum wollt ihr alle das? Fuhl. Fuhl. Hier kann man irgendwo hinfahren. Hab ich auch noch nicht gemacht. Bin ich im Autowagen. Ähm, im Haus ganz schön. Wir brauchen Menschen. Fuhl, Trink und Fuhl. Die waren alle Fuhl. Fuhl, faul. Was ist das? Fuhl? Das sagt mir halt überhaupt nichts. Übersetzer. Fuhl, toll. Danke. Er sagt mir, das ist das. Was ist das? Regelverstoß. Naja, aber ich suche ja nicht faul. Na, ist auch egal. Ihr wisst es doch bestimmt, oder? Ja, gut. Ähm. Gut. Haha. Mist. Endlos Schleife gefangen. Irgendwann wird jemand kommen, der was anderes möchte. Aber ich wollte eigentlich das Spiel erstmal abschließen. Ähm. Ich hab das jetzt eine Stunde gespielt. Und ich glaube, dass so viel überraschendes wird jetzt nicht mehr kommen. Deswegen wollte ich euch einfach mein Fazit mitteilen. Ich finde, das ist ganz lustig. Das waren es 2-3 Euro. Glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht. War das teurer? Ich glaube, das war teurer. Ach Mist. Also, es wird 2-3 Euro gekauft. Teuer weiß ich gerade nicht. Ähm. Wenn es halt alles voll ist, ist es wahrscheinlich langweilig. Was nach der Challenge passiert, habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich es ausprobieren werde. Ähm. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank.